Hallo und willkommen zu Comic-Connor-Konker-Generäle, die Cut-Version. In dieser Mission färten wir uns der letzten Mission. In dieser Mission färten wir uns die letzte Mission? Was für ein Quatsch. In dieser letzten Mission der Asia-Pakt-Quest-Reihe, Missions-Reihe, ja, scheiße. Nuklearer Winter. Blackrock City, ja. Blackrock-Shooter. Oh no, ein Hinterhalt. Wie könnt ihr nur? Ein Sniffer, yay. Come on. Hm. Ja. Wind. Der Winterwind. Oh no. Die Scud-Werfer. Äh, Säure-Werfer. Und wo bleiben die Nix? Mit eins im Anfang. Die Säure-Werfer. Werfer, Mangel. Hey. So Panzer Raketenwerfer So Für diese Mission ist wichtig Diss 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 Geld klauen Ach, scheiß auf Geld klauen So So Und dann nehmen wir noch die mit Und Die So Du nimmst mal einen Gatling-Turm So Einheit verloren Feuer frei Feuer frei Dün da jetzt erstmal Dann dünn Feuer, 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 Feuer Oh Einheit verloren Oh, jetzt habe ich zwei Kasernen oder was Shit Wo geht's Wo geht's Upgrade verfügbar. Stillgestanden! Gemeinsam sind gestanden! Nein! Das Gebäude gehört uns! Das Gebäude gehört uns! War Gemeinsam sind gestanden! Ja genau! Gemeinsam sind gestanden! Ich zeige Menschen, sie spielen draus! Gemeinsam sind gestanden! Oh! Oh! Ach! Fuck! Dann können wir es auch kaputt machen! Warnung! Skatsturm geortet! Ja, ja, ja! So, wie auch beim ersten Playthrough wird das hier nicht anders sein, dass man nicht mehr als 5000 Credits haben sollte, da ansonsten ähm Ja Uns Ja, 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 ja Ja, 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 ja Wir können ja hiervon eins verkaufen, was ich aus Versehen doppelt gebaut hab Ja, ja, ja So, 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 Dann müssen wir als nächstes die Waffenfabrik bauen Dann bauen wir mal noch ein zweiter... Oder warten wir erstmal jetzt... Ja, wir werden erstmal jetzt die Waffenfabrik bauen Ähm, 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 ähm Ähm, 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 ähm Wir werden den Wohlstand legen Des Asia-Pakts Oder Asiatischen Paktes So, hm, hm, hm Kann ich hier noch einen Bauarbeiter bauen So, und für die Haxor-Hexor brauchen wir die Propaganda-Zentrale So, Dann schauen wir jetzt direkt auf die Propaganda-Zentrale So, Propaganda-Zentrale So, und du gehst mal nach hier hinten hin und wirst Flughäfen bauen So, wenn die Propaganda-Zentrale gleich erstmal fertig ist, können wir erstmal anfangen Enmas-Hacker zu bauen Um unsere Credits ein bisschen mehr zu boosten Achso, huch Hm, okay, das dauert noch ein bisschen Kannst du vielleicht doch erstmal noch den Flughafen bauen So Mm, so There war doch gerade ui, ja Oh, da er mangen hier hin, ja No Okay Häkkers 3 hacker okay du halt du da kommst mal hierher wo ist jetzt hier ein cyber kasern so so zack können wir schon mal erforschen wir mal lieber hier gleich mal und als nächstes bauen noch ein kraftwerk wird kommen wir das hier runter bauen dieses rotieren es ist immer ganz schön asi so und als nächstes dann ein waffenhändler oder 25 ist ganz schön teuer kein system ist von mir sicher ok komm schon 25 kann es schon mal hier hingehen hoffentlich aktiviert das abbauen hier nicht die gegner zum angreifen weil ich noch nicht so wirklich was geschafft habe waffenfabrik so als nächstes brauchen wir auch unseren palast für 25 vielleicht sollten wir erstmal hier wieder ein paar hacker bauen um das geld ein bisschen zu verschleunigen das liegt jetzt allerdings schönes mhm hm hm es gibt immer einen weg rein joa hat er schon ach ne wir müssen erstmal den palast bauen ne ja hm 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 so wenn wir dann unsere stealth einheiten haben dann können wir auch die karte schön erkunden oder größtenteils um die wichtigsten gebäude zu suchen und wenn wir dann radar geforscht haben können wir hier oben den scud sturm aufdecken wenn der aufgedeckt ist ja müssen wir uns überlegen wie wir den am besten mit einem schlag ähm ja wegmachen und wenn der scud sturm weg ist können wir ja eigentlich auch unsere atomraketen und alles andere bauen so ich denke mal jetzt können wir noch ein paar hacker dazu bauen 625 ok ok hecker 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 Kakao. Hm, das ist schön. So. Achso, das war hier beim Shit. Ich brauch den Schwarzen Markt erst noch, fällt mir grad ein. Im Schwarzen Markt war ja das Radar gedöhnt. Boah. Oh, der erste Angriff. Einheit verloren. Was wollen Sie von mir? So, jetzt schnell den Palast spawnen. Ähm, Schwarzmarkt. Es geht so nicht. Es ist harte Arbeit. So, okidoki. So. Dann können wir jetzt Flieger bauen. Oh. Fuck. Ne, halt. Stealth. Wir müssen unseren Stealth forschen. 2000. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Ja, wunderschön. Ach, fuck. Ich wollte doch erst die Stealth machen. Aaaaah. Die Stealth? Alter, alter. Voll die Stealth. Hm. Wo sind sie? Da. Mhm. Ja. Cooldown. Stealth. Okay. So. Haben wir da jetzt alles abgebaut? Nee. Aber wir haben alles verloren, oder was? Nee. Hm? So. Jetzt müssen wir kurz gucken wie teuer unsere Atomartillerie ist. 1600. Okay. Du wirst mal jetzt hier noch so einen zweiten Turm bauen. Ah. So. Hören wir mal einen Flieger spawnen. So, und du dürftest jetzt ready sein. Fuck! Nicht getroffen, dass ich treffen wollte. Hm. Okay. Hm. 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 Ja, was machen wir denn da? Cyborgs? Oder reparieren? Geld klauen? Oder Geld klauen? Wir kriegen ja bloß einen Rang rein, das heißt 1000 Credits können wir dann klauen. Ah, ja. So. Oh. Wir müssen aufpassen, dass wir hier jetzt nicht... Ich kann alles lahmlegen. Hm. Oh, mein Flieger ist fertig. Sehr schön. Oder zwei sogar schon. Machen wir auf null. Und da sind jetzt unsere ersten Stealthies fertig. So. So. Und die werden wir jetzt alle so schön verteilen, hier so den Weg hoch, ähm, damit wir frühzeitig sehen, wenn der Gegner mit seinen, ähm, Abschussrampen ankommt. So. Und wir bauen jetzt hier ein paar Nukleargeschütze. Ich hoffe mal, dass wir jetzt davon nicht getroffen werden, von unserem Dauerbombardement. Oh. 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 Irgendwie wird hier direkt vor den Fahrzeugen ein grüner Punkt angezeichnet. Hm. Eigenartig. Mir fällt grad ein. Oh. Wo sind... Hä? Irgendwas... Irgendwas stimmt nicht. Warte mal. Ich hab die... die Spezialfähigkeiten gar nicht. Liegt wohl daran, dass ich vergessen hab, ein Kommandozentrum zu bauen. LOL. LOL. Das ist natürlich... Gaga. Hm. So. Ist unser Radar? Müsste ja schon wieder ready sein. Okay. Ah. Mr. Scudsturm. So. Für Gerächtigkeit. Unser Mut ist grenzenlos. Oh. Schießt! Ich hab die Einheit verloren. Oh. Oh, das ist ein anderes. Huch. Hab ich da das Falsche gebaut? Ah, jetzt hab ich endlich hier meine... so. GeOG! Ich hab das... wenn seja, vamos. So... He assigning! Da gibt es... der Notfall ist... EU Geihi. Credits, 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 Credits. Ach hier, das waren die Teile. Ich habe die falschen Teile gebaut. Oh yeah, Scudgesturm ausgeschaltet. Minen, okay. So, jetzt dürfte ich eh mal ein bisschen Angriff kriegen. Ja, Fliegerkorps. Einer geht noch. Control 0. So. Bauen wir mal noch drei Hexors. Ah, zu niedrig. Ein Stückchen höher. Ein Stückchen höher. Oder nicht, da hin. So muss das sein. So muss das sein. Wann geht's los? Ein guter. So. Die höheren Worte noch zu herzen. Ja, ich gehe. So. Jetzt werden wir mal hier noch weiter Flüffle, Flüffle, Flughäfen bauen. Okay, nur Infanterie. Ist in Ordnung. Okay, noch immer keine von den Anti-Air-Teilen. Äh, äh, Quatsch. VO2-Raketen oder was auch immer das sein soll. Hm, aber dann brauchen wir mal noch hier von den nukleargeschützenden Paar. Die sind ja lustig. Hm. Noch nichts, noch nichts. Gut, 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 gut. So, ähm. Ich mache mir mal eins. Ah, fast, fast. So, okay. Für die Freiheit. Ah, da ist er. Oh. Sind alle am Schießen hier? Ah. So, dann können wir hier noch einen Heelturm hinbauen. Noch keine V2. Und auch noch keine V2. Ich nenne es einfach mal V2, aber es ist nicht eigentlich irgendwelche anderen Abschussrampen. So, jetzt hier aber eins. Wunderschön. Kriegen wir das noch rechtzeitig hin, bevor es wieder weg geht? Und, und, und. Oh, die wurde bestimmt überfahren, war? Oh, oh, Credits. Ha, ha. Wuh. Wir wollen kämpfen. So, jetzt müssen wir erst mal den konstanten Fluss ein bisschen unterbrechen. Unser Mut ist grenzenlos. Für die Freiheit wollen kämpfen. Wir wollen kämpfen. Wir wollen kämpfen. Wir wollen kämpfen. So, fliege, fliege, fliege. Einheit verloren. Das ist schlecht. Jo, 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 jo. Fliege. Und noch eine. Zack. Wo sind meine Leute? Ich hab doch hier einen ganzen Trupp irgendwo hingeschickt. So, fliege, sie sind alle verreckt. Hm, das ist natürlich sehr ärgerlich. Oh, das ist sehr schön. Der hat gut geklappt. Kredits, 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 Kredits. So, guck mal, hier noch ein Bauarbeiter wieder her. Einheit verloren. Oh, das ist schlecht. Mann. Muss ich euch denn da manuell durchschleusen, oder was? Oh. Holen wir mal Radar, ein paar Radarvorzeuge. So. Achso, wahrscheinlich durch die Verstrahlung da sterben die. Unsere Erkunde. Sehr schön. Noch keine V2. Auch noch keine V2. Oh. Guck mal, das ist denn hier... Fehlt doch einer. So, das ist die Neuen. Okay. So, Leute. Oh. Endlich. Endlich mal ein paar durchbekommen. Oh, auf Geld aufpassen. Auf Geld aufpasse. Nicht zu viel Geld bekommen. So. Ähm. Bababababababab. Man ist nie allein. So. Noch immer keine Rampen. Das finde ich gut. Wo sind jetzt hier meine... Leute? So. 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 Ich hatte doch hier zwei... Oh, oh, oh. Credits, credits, credits. Kretizia. Ähm. Okay, noch immer keine... V... V2-Rampen. Ähm. Wo sind jetzt die meine Radarwagen? Okay. Vorsicht, General. Hier ist irgendwo ein Heckenschütze. Hä? Ach so. Ach so, der ist im Turm drin. Oh, ich hab schon noch das Katz-Sturm wieder. Total verkackt. So. Gehst du mal... Hier hin? Einheit verloren. Oh, schlecht. Warte mal, 0, 9. Das ist denn die 8. So. Oh, fuck. Mensch, diesmal will er gar keine V2-Abschlussrampen bauen, oder das? Das ist ja eigenartig. Naja, ist ja nur gut für mich. So, jetzt probieren wir die erstmal hier so längs hinzubauen. Oh, ja, geht. Gut. So. 8 ist fertig, okay. Oh, da kommt ja ordentlich was angelaufen jetzt. So. Okay. Jetzt können wir hier... Zack. Zack. Angeschnallt und bereit. Systeme online. Angeschnallt und bereit. Einheit verloren. Einheit verloren. So, okay, Scud-Sturm erledigt. Das heißt, wir können jetzt fix unsere eigenen, ähm, Scud bauen. Solange wer noch keinen hat. Dann ist das Ding eigentlich gegessen, wenn wir hier rum-nuken und rum-scudden können. So, bauen wir noch ein paar Radar-Fahrzeuge. So, warte mal hier oben. Okay, dann werden wir hier einen MP reinhauen. So, das müsste eigentlich... Na, sieht gut aus bis jetzt. So, jetzt muss ich erstmal checken, was meine Flieger sagen. Mhm. Da sind noch alle... Hier sind auch noch alle. Oh, ein Flieger bloß verloren. Hm, das ist nicht schlecht. Oh, er bleibt da stehen mit seinen Leuten. Aha. Oh nein, mein EMP-Schießer ist... Gut, dass das EMP-Teil da ne... ...ne Flieger ist, der ne Bombe abwirft. Gut, was ein Quatsch. Well, 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 well. Oh, nee, da fehlen noch einige. Das hat... Einheit verloren. Hm? Oh nein! Er hat mein Sneaky überfahren. Scudstorm. So. Einheit verloren. Okay. So, null. Neun ist komplett. Acht ist komplett. Infanterie. Doch immer keine V2. Was macht der denn? Nicht, dass ich jetzt unbedingt hier will, dass er hier V2s baut. So kommen wir ein Verschläge. Aber... Hm. Du kannst denn hier gleich noch ein paar Tomensilos bauen. Waaah! Wie sie alle brennen. Wie sie alle brennen. Hm. So. Okay. Acht hatten wir, ne? Ja. Ähm, okay, dann wird das hier die sieben Immer noch nichts Was ist denn hier los? Gut, ich hab damit kein Problem, wenn er keine schickt, aber Hm Hm, 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 hm So Okay So, noch ein bisschen Vielleicht sollten wir noch ein paar Hackers bauen Ich hätte gesagt sieben, ne, ja Oh, was ein Strom an Einheiten Hm, ich glaub, die haben die KI geändert, weil Normalerweise hätte er schon längst ein paar Von den Dingens geschickt hier Sag schnell Von den, ähm Abschussrampen Deswegen finde ich das ein bisschen eigenartig Dass er hier jetzt noch nichts dergleichen gemacht hat Hm Okay Das wäre dann auch sicher Oh, jetzt haben wir genug, um ein Atomsilo zu bauen Höp Machen wir die länglich oder quer Hm So So, und dann werden wir noch ein paar Kraftwerke bauen Da die, die, die Superwaffen gut was an Energie fressen Hm, immer noch nicht Hm Alle da Okay So, da Von hier kommt es Ja So So Mal sehen, dass sie vorhaben System ist politisch Maschine ist startklar, angeschnallt und bereit Skatsturm bereit So So, dann können wir ja erstmal verhindern, dass er da noch eine Zeit lang Einheiten rausfeuert Indem wir hier mal ein bisschen reinzimmern Warnung Skatsturm abgefeuert Ja, ja, ja Das ist meiner Oh Zero Credits Und da kommen sie Wuuuuh Skatty Wunderschön Wunderschön So Können wir noch eine Nuke bauen Weil die Atomraketen einfach cooler sind Dreh doch nicht so Dreh doch nicht so Äh 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 Joi Soi 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 Äh Äh Von einer Sniper, der war immer in unserem Turm normalerweise drin Hm Quatsch Maschine ist startklar Feindliche Bodentruppen Systeme online Zielposition Begemoniert Hm, der baut hier echt keine Rampen in diesem Ist ja eigenartig Haben die denn die, die, die KI geändert, als sie Die Cut-Version gemacht haben? Das ist aber eigentlich unwahrscheinlich Also ich kann mir das nicht vorstellen Hm 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 Komisch Ähm Jo gut 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 ich denke mal da kriegen wir noch wieder ein paar raus so die zweite markiert ist auch fertig so weit wie möglich dass wir da vielleicht noch einen zweiten daneben kriegen so okay so da schnitzelt ordentlich was durch einheit verloren top hat nicht ganz gereicht sehr schade wir haben zu wenig energie kraftwerk so brauchen wir noch ein paar kraftwerke und dann bauen wir noch einen skatty wo ist er da ach falsch falsch, 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 du nicht. Welchen Sender-General? Den General des... Was? Den Sender des Sieges. Kannst du laufen lassen. Ah. So. Ach ja. Immer schick rein, deine Leute. In den Tod. Oh, und Skatty ist fertig. Die höhere Ordnung soll herzen. Niemand kann uns aufhalten. So. Skatty... Oh, halt, du sollst da hier mal ein bisschen so... Warte mal, ich mach mal Störung 6. Geht dat? Ja, okay. Okay. Skat-Sturm auf 6, Feuer. Oh no. Oh, Nummer 0 ist komplett weg. 8. Oh, auch fast komplett ausgelöscht. Puh. Das war doch ganz schön. Danke, Roos, was wir da gemacht haben. 7 ist noch voll. Vor ihm entöre. Oh, ein Nuke. Eine Schnuk ist fertig. So, Nummer 0. 9, 8. So. Okay. So, jetzt wird er mal ein bisschen aufgeräumt. Aber da er uns immer noch hier Einheiten schicken kann, heißt, er muss hier irgendwo noch eine Produktion haben. Oh nein! Ich habe meine eigene MIG abgeschossen mit dem EMP. Leel! Leel! Ah, hinten ist noch was. So. So, ähm... Oh nein! Das ist fatal. Oh, zwei Atomraketen sind fertig. So, dann machen wir dich fünf... äh, sechs meine ich. Und dich machen wir fünf... Einheit verloren. Oh no! Oh fuck, ich habe meinen Scudgestone überschrieben. Aber ist eh wurscht. Ähm... Einheit verloren. Hm? Warnung! Atomrakete abgefeuert. So. Dann hat er hier noch was. Da steht aber auch eine Snook rein. Oh! Nein! Ich wollte doch noch Feuer abspeichern. Scheiße! Nein! Wir haben gewonnen! Oh, es gibt kein Video. Also wurde das Video zum Ende der Kampagne auch geschnitten. Was ein Scheiß. Ähm, ja. Damit wäre denn die Kampagne für den Asia-Pakt auch abgeschlossen. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye! 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 Bis zum nächsten Mal.